SIR! Mein Gott! Ja ja! Pen-Nummer, Alter! BAM! Headshot! Mein Gott! Wollt ihr mich verarschen? BAM! Kriegst du erstmal einen in die Frisse, du Penner! Was ist los mit dir? Immer schön. Ja, in den Rücken, Alter! Fick dich! Ganz viel Geld. Ja, die nimmt sich erstmal die Muni. So, erstmal hier nachladen. Ist hier mit. Hier ist ein Stück Leiter. Mach mal auf hier. Die waren wir noch nicht. Nein, na. Muni ist immer okay. Äh, ja. What the fuck? Fick dich, Mann! Was willst du? So was zu sagen? Oh, Wichser! Hier wird nicht rübergeklettert, wenn ich dir das nicht sage. Oh mein Gott! Oh! Der Astrazine. Ja, komm raus da, Mann! Mann! Was ist die halt so ins Gewicht? Oh mein Gott! Ja, ja! Ach, Fick dich! Ach so! Einfach V drücken, dann geht das. Korrekt. Hm, der droppt nichts. Weiter geht's! Wir müssen... Einmal rum. Ach! Ja, Alter! Was willst du denn? Piss dich! Ach, Gott! In dein Gisi! Kann man hier tanzen? Oder T-Baggen? Nein, anscheinend nicht. So, hier sieht Clear aus. Wir haben Geld vergessen. Geld ist wichtig. So. Das sind relativ wenige. Naja. Was geht denn hier oben ab? Die ist von innen verriegelt. Alles Klärchen. Ich hoffe wir auch nicht zu zweit, wa? Kann ich hier rüber? Nein. Das war wieder außenrum. Ja, ja. Ja, ja. So. Ey, das ist meins. Eins. Bitch. So, da müssen wir hin. Ist hier noch irgendwas? Nein. Verriegelt kann man nicht durch. Wir müssen hier hin. Äh, V. Hilfe! Somebody help me! Hilfe! 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 Auf meinem Weg. Da oben war das, oder? So, mein Freund, der ist so ne. Eltem Perversling. Jetzt geht's auf die Fresse. Hey. Was ist falsch? Sei vorsichtig. Sie können trotzdem hier sein. Der beißt ihn. Wehe, du beißt mich. Reiß den Kopf ab. Ach du Scheiße. Du bist ja hübsch. Küss mich. Du bist ja nicht. Huah, muah, muah. Nein, ich will nicht mit dir spielen. Geh mir aus dem Weg, Alter. Du schlumpter, Mann. Oh mein Gott. What the fuck is this? Oh mein Gott, äh. Nein, ich will nicht. Lass mich. Ficka, Alter. Habt ihr einen mitgekriegt? Ey, du Penis, Alter. Guck mal, dich um dich selbst. So, Pistol, Muni. Du brauchst kein... Ja, schieß einfach! Ja, schieß durch die Gegend. Wir können ja Munition scheißen. Kein Ding. Mir da noch Geld. Muni, Jungs, ich brauch Muni. Achso. Ich brauch Muni. Gut. Ja, selber brauch Muni, ist okay. Ach, hi. Servus. Es geht ab. Boom. Boom. Ja, ich verballer meine Muni auch für nichts. Ja, ja, auch für... So. Heilzeug ist immer gut. Komm mal auf da. Hier lag doch gerade Muni. Dankeschön. Ja, du brauchst Ammo. Alter. Ficker, Mann. Bleib stehen. Geht's. Okay. Eine härtere Knarre wäre man nicht... Boah. Bitte. Ammo. Nein, natürlich nicht. Warum denn auch? Geld ist natürlich wichtig. Was ist das denn? Ich dachte, das wäre so ein Typ. Die Grafik ist ganz cool von dem Game. Aber irgendwie... Ähm... Ja, wir müssen hier rein. Alles gleich hin. Hier müssen wir rein. Aber hier gibt's doch bestimmt nur irgendwo Muni, oder? Jetzt will ich mich erzählen, dass das hier alles war. Wir sind hier. Kannst du... Komm mal! Roger! Okay. Ist nix mit öffnen. Jever hat keine Muni. Ich hab keine Muni. So gut wie keine. 21 Fuß ist nicht viel. So wie ich daneben schieße. Und so viel wie die Fressen an Munition. Äh... Was ist denn hier? Ähm... Hat nicht so. Ich geh mal ein bisschen zurück, da. Ah, okay. Gut. Das wusste ich noch irgendwie. Weiter geht's. Let's open it up. So. Die geht schon zurück. Das klingt... Das ist schon mal nicht nett. Das klingt ja wieder lustig. Ah ja, voll Lust drauf. Jever, willst du nicht vorgehen? Aber erstmal hier umschauen. Keine Munition. Das ist toll. Dreckstratten, Alter. Okay. Hier ist nichts. Alter, sind das Ratten, Mann. Läpp mich am Arsch. Wir glauben sogar Ratten, gell. Ich glaub's nicht. Was? Das ist kein... Das ist kein Match. Alles klar. Das ist Kaka. Er hat keine Ahnung, was das sein soll. Hm. Sieht auf jeden Fall sehr appetitlich aus. Ähm, ja. Okay, du bist tot. Cool. Ist der vom Alpha-Team? Er ist schon tot. Du bist ja ein Genius. Dafür muss ich den jetzt... Dafür muss ich den jetzt... Er ist dressiert wie eine One-Man-Armee. Seine Wände wurden mit Bullets... Äh. Ja. Scheiß auf, Scherber, Mann. Die kann sich mit dem Messer rumprügeln. Reaktiert. Hä, hä, hä. Ich glaubst du noch nicht mal was? Hm. Ich bin schon voll Drop-geil, Alter. Solche Games sind eigentlich nix für mich. Hm, hm, Vogelfeld. Okay. Pennt er? Nein, tut er nicht. Verbar, behalte die Munition, die wir haben. Kein Ding. Eins nimm ich. Eins kann dir haben. So. Ich glaub die hat ein bisschen... Abwoll. Stehst du auf, tritt ich dir in den Kopf. Oh, ne Kiste. Geld. Das, was ich gebrauchen kann. Krass. Dankeschön. Ja, klar, treten Eisentürs an. Ja, klar, treten Eisentürs an. Das, was passiert hier? Äh. Das hier ist alles. Hey. Setup? Und was ist das? Es ist Dehn, an der Behandlung. Ich habe es aus dem Computer. Oh, du musst in die H.Q. Hey, hey, hang in da. Ich habe jemanden gesehen, aber sie sind weg. Das ist das. Ich mag es nicht, aber wir müssen weitergehen. Äh, nein. Mein Gott, du dummes Stück Scheiße. Ich wäre echt schon auf den Nüsse. Please open up. Yeah, im Fahrstuhl. Die sind bestimmt sicher. Ich hätte ja keinen Bock mit dem Fahrstuhl zu fahren. Guck mal runter da. So, speichern. Speichern klingt immer gut. Das heißt, wir haben auf jeden Fall schon mal was geschafft. Ihr habt keine Ahnung, wie ich die Folgen einteilen werde. Ob ich je nach Mission oder je nach Zeit... Wenn eine Mission 30 Minuten oder 40 Minuten dauert, dann... Okay. Darauf habe ich keinen Bock. Kommt da gleich was runter? Hau ich euch. Ähm... Mein Gott, willst du mich verarschen, Frau? Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass das hier... Ah, ich hätte der irgendwas geben sollen. Ja, die nächste kriege ich die. Bitte sei Muni drin. Nein, keine Muni. Was macht denn der da hinten? Chillt der? Der wackelt ja richtig. Hier ist nüscht. Wir können nicht, warum hast du 활ge. Ich bin hier aufgeregt. Du 선택st Resources. Ich bin hier aufgerüstet. Ich bin hier in der Vokationale. Das ahí ist...